Guten Morgen, Herr von Donani. Sie sind ein langjähriger Weggefährte von Helmut Schmidt, haben ihn lange erlebt. Was war er für ein Mensch und was war er für ein Politiker? Ich habe mit Helmut Schmidt ja seit einer Bekanntschaft und Freundschaft und eine Kollegialität gehabt, seit 1968, also über eine lange Strecke. Und ich verbinde mit ihm eine Form von politischer Kameradschaft. Wir waren nicht immer einer Meinung, aber wir waren doch sehr eng in den wichtigen Fragen. Was machte ihn aus als Mensch, als Politiker? Ich glaube in erster Linie seine Unabhängigkeit, seine Bereitschaft, auch gegen den Strom zu schwimmen. Ich habe ihn kennengelernt als Fraktionsvorsitzender in Bonn, als es um die sogenannten Notstandsgesetze ging und er gegen die große Mehrheit in der Partei geduldig durchsetzte, was er für richtig hielt. Und so habe ich ihn eigentlich immer wieder erlebt. Er war ein sehr selbstständiger, unabhängiger Mann und Kopf. Und ich glaube, das ist das, was die Deutschen am meisten an ihm geschätzt haben. Er war auch ein Mann der klaren Worte. Was war für Sie politisch seine wichtigste Leistung? Ich glaube, die wichtigste Leistung war seine uneingeschränkte Rechtsstaatlichkeit in der Bekämpfung des Terrorismus. Aber natürlich gab es andere Dinge hier in Hamburg, wie zum Beispiel sein Einsatz in der großen Flutkatastrophe 1962. Da war ich aber noch nicht in Hamburg. Und seine spätere Leistung im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Euro. Also er hatte viele wichtige Entscheidungen zu treffen. Und er hat sie immer mit dieser Unabhängigkeit getroffen, die ihn ausgemacht hat. Und ich glaube, die die Deutschen am meisten an ihm geschätzt haben. Helmut Schmidt war ja als einziger Bundeskanzler, als Offizier im Zweiten Weltkrieg dabei. Mit ihm tritt sozusagen die Kriegsgeneration ab. Wie wird das die Politik beeinflussen? Also ich glaube, dass es für ihn sehr wichtig war, Soldat gewesen zu sein. Und viele seiner Entscheidungen versteht man auch nur, wenn man das weiß. Und er hat im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe, als er die Bundeswehr eigentlich gegen das Gesetz eingesetzt hat, hat er ja auch hinterher gesagt, das habe ich als Soldat gelernt, solche Entscheidungen zu treffen. Und die nächste Generation wird viele dieser Erfahrungen, die wir noch gesammelt haben, nicht mehr gehabt haben. Und ich denke, dass das auch zum Teil vielleicht zu einer gewissen größeren Leichtigkeit geführt hat, die wir uns im Augenblick vielleicht auch wieder abgewöhnen müssen. Viele sagen, Politiker vom Schlager Helmut Schmidt gibt es heutzutage gar nicht mehr. Sehen Sie das auch so? Naja, das weiß man immer nicht, ehe Sie soweit sind. Aber diese Unabhängigkeit, die er gehabt hat, diese Selbstverständlichkeit, mit der er so gelebt hat, wie er das selbst für richtig hielt und so gearbeitet hat, wie er das für richtig hielt, diese Unabhängigkeit, die brauchen wir dringend. Und ich hoffe, dass immer wieder solche Männer und Frauen nachwachsen. Was können Politiker heute von ihm lernen? Unabhängigkeit, eigene Meinung, gegen den Strom schwimmen und dann dafür gerade stehen. Vielen Dank für das Gespräch, Klaus von Donani. Und wir...